und und damit willkommen zur sechzigsten Folge von FIDWs Infinity hier auf den Cologne Fire TV Let's Play Server vorige Folge hatten wir ja unsere unendliche Glasproduktion hier gestartet und dann mussten wir bloß noch mit Deep Storage Units arbeiten und das habe ich jetzt hier schon mal weil hier kam noch ein Sandprodukt Sand mit raus habe ich mal noch schnell hier ein Item Konto rein hier bin in Insert hier noch schnell umkonfiguriert aber jetzt die Folge muss ich überlegen was wir machen könnten hier wird noch produziert und wir wollten ja eigentlich noch unsere Solarzelle machen damit wir uns langsam von der Tollproduktion abhauen können der wird gerade als Inschluss bepowert ok aber schauen wir mal wir müssen hier reingucken für den haben wir eigentlich noch gar nichts drin doch das eh so wir brauchten die da brauchten wir halt nie und das geht halt nur so ok ok nein das wollte ich jetzt noch nicht ich wollte das dann brauchten wir noch das encoden jetzt brauchten wir hier schauen das Leadstone mit Lead Nuggets was kein Lead ok ok wir müssen auf jeden Fall mal bald Polizids machen ok ähm das Fotovoi Teig auch klar dafür das nehme ich noch ja und ach ja die Spalter hat mir dafür geplant gehabt ähm ne ich wollte jetzt ja Lapis Kraft machen wir mal canceln neun Stück start dankeschön jetzt kann das nämlich hier drüben dankeschön ähm nein muss hier rein brauchen wir drei stück next ok jetzt müssen wir noch das Glas ran holen wo muss ich jetzt schon 54 haben also heißt das wir müssen eigentlich noch ähm Glas Panels machen machen wir jetzt hier noch Dankeschön äh so iron Nuggets gut next und start wunderbar wunderbar ähm ok wir brauchen noch Steel Nuggets da kriegen wir sowieso neu noch raus wunderbar jetzt gehen wir schnell noch schlafen ähm was fehlt noch ach ja das Lied ja Lied das fährt ähm da ich würde mal so hoch gucken stained ähm nicht die wir schon wir wollten erstmal die machen ... da können wir das gleich mal noch eins rausnehmen dankeschön gut und da haben wir jetzt schon mal das einfache solar panel ich muss das gut gekraftet braucht es 211 mb da haben wir das schon mal automatisiert dann gibt es gleich noch das nächste braucht man halt hartenet und zwar inwar nicht inwar und dann einmal so müssen noch drei patterns haben nein nur zwei jetzt müssen wir das eigentlich hinkriegen wir brauchen einmal so dann brauchen wir dann haben wir das 8100 mb warum ist hier ein schwein drinnen das ist ein schwein das sieht man mal kurz bei colonenfeier gucken aber eine garstier hat und da ja ein Twilight Portal gegangen ist das ist ein schwein drinnen das ist ein schwein drinnen das ist ein schwein drinnen denn hier hat er noch keins drinnen gehabt ja, Starting Nein. Okay, nicht so viel gucken. Hier weiter. So, Graffiti ist das. Ah, er hat ein MW-System. Aber auch keine Gas hier. Schade. Okay, naja, dann... Mach das nix, dann muss man halt später gucken. Muss man halt aber mal... Achso, ja. Hm. Okay, aber auch demzufolge, ob wir das sowieso keine haben, oder? Hat auch hier welcher? Aus Geist und Blocks. Ja, der... Die ganzen drinne. Ja, okay. Naja, macht nix. Jetzt fliehen wir jetzt wieder zurück. Müssen wir halt mal später schauen. Jetzt muss es eigentlich unsere A8-Ula-Panels fertig sein. Jawoll. Dann... Hat man noch nicht reingetan. H-D-Net. One-Start. Das rein. Äh, ich hab da groß geschrieben hier. Ähm, das machen wir ja kurz. Wird auch ausnehmen. Nimm das rein, das rein, das rein. Das, was wir nicht brauchen. Okay, ähm, können wir schließen. Und jetzt... Solar. Und zwar das... H-D-Net. H-D-Net. Wunderbar. Da können wir uns das rausnehmen gleich. Und... Hauen wir... Hier rein. H-D-Net. Welche K-Stanzen haben wir fragen, wenn wir es nicht so recht machen müssen. Und dann... Ohne... H-D-Net. Und natürlich.. H-D-Net. 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 M-E-Net. H-D-Net. H-D-Net. Und jetzt... H-D-Net. 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 ja es ist alles verarbeitet worden weil durch den kleinen Fehler in der 58. Folge hat sich hier vieles hat sich auf keinen Kurs, sie konnte nicht weiter verarbeitet werden, jetzt guck mal aha, 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 hier können wir dann teilweise mal mitnehmen weil wir mehr Steeds machen wollen, Ender Seeds das ist Absi, jawohl Zerdus Quarz Verrös Diamanten Copper Iron Redstone Tin Lapis Gold, wir bräuchten bald noch Leeds Seeds, also machen wir so so äh, kann man nicht mal hier in einem Terminal hier unten hinsetzen ähm, nein ich brauche hier unten eigentlich bloß ein normales Terminal ähm natürlich fehlt, nein, das geht ja eh nicht äh, das auch nicht ach ja, ähm so Dankeschön ja ach, guck mal gleich äh, das ist ja eine Crafting Bench da bauen wir jetzt alles, wunderbar ach, läuft doch langsam voran wir haben auch zwölf, ja, bitte kommen wir hier dran nö, geht nicht, schade äh 5 von 8, da können wir eigentlich mal kurz hier eins dran machen ähm, da na, was wollen wir jetzt machen äh ach ja, die Essenz Seeds das ist, dass wir hier dann noch ein paar ja Lied machen können falsche da ach, noch zweimal müssen wir bestimmt laufen dann müssen wir, ne, ja, zweimal was auf jeden Fall, gucken, dass wir mal ein paar mehr Essenz jetzt machen können, dass wir uns hier endlich mal eine größere Masse produzieren können ich habe wirklich nichts mehr zu essen äh okay, macht das nichts, wir machen erstmal hier schnell noch die Essenzen dass wir uns dann in der nächsten Folge besserer ja Dankeschön noch ein paar Lied Seeds machen können können wir eigentlich gleich mal gucken hier ähm Lied Seeds braucht man die Strong Essenzen wunderbar also Lied haben wir hier noch die hier wir die haben wir die haben wir bis zur Schwarz-Rbera ja haben wir irgendwas zu essen ähm nix okay dann muss man doch mal schnell hoch mal das Fleisch durchsprauten hier wollen wir laufen so was lasst wir uns zum Hacker-System rein die auch dann hast wir was essen hier dabei muss dann nämlich zur nächsten Folge wieder mit Magical Props beschäftigt ich war schon mal auf Screen mal so ein bisschen die es ist ja sie hat sich zu vermehren dass man da auch mal eine höhere Plattform größere Plattform von machen können weil die haben wir ja dort so und die Bordring können hier hin Dankeschön Stuttgart die Streitzen wir brauchen mindestens 81 für die ganze Plattform zack hier anfangen zu ließen wachsen die schneller viel schneller gut aber da muss ich das mal hier an der Stelle sagen danke fürs Zuschauen hoffe es hat euch gefallen und es war vielleicht informativ und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder kommentiert abonniert wenn ihr es nicht schon habt und dann drückt den Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in dem Sinne 鼻子 ein das das es euch Vielen Dank.